Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von UfoTV News, diesmal mit folgenden Themen. Immaculate Constellation, Lou Elizondo und Sheldons Freundin, ein kurzer Überblick und eine Umleitung. Ufos auf RTL, eine weitere Bastion des Mainstreams ist genommen. Matt Gaetz spills the beans, der Abgeordnete bestätigt wilde Theorien als Fakten. Korbel und Nepp bedroht, geheimes Wissen und der Todmannschalter. Soul Foundation Teil 2, neues Mega-Event der Ufo-Forscher-Stars. Die heutigen Ufo-News werden ein wenig kürzer ausfallen als üblich. Und das liegt vor allem daran, dass ich am Wochenende bereits eine eineinhalbstündige Folge von Nachspiel produziert habe, die sich bereits sehr ausführlich mit den großen aktuellen Themen auseinandersetzt. Insbesondere mit dem Enthüllungsartikel von Michael Schellenberger, in dem er die Existenz eines geheimen Pentagon-Programms namens Immaculate Constellation an die Öffentlichkeit gebracht hat. Dazu ein neues Video von Jesse Michaels von American Alchemy, eine Art Mini-Doku mit und über Lou Elizondo. Sowohl der Artikel als auch dieses Video beinhalten haufenweise brisante Informationen. Und die habe ich in meiner Nachspielfolge ausführlich analysiert. Dazu berichte ich noch über einen The Brief-Artikel zu der Frage, ob die US-Regierung solche Programme tatsächlich geheim halten könnte und wieso es zu einer Verfassungskrise führen würde, wenn dem tatsächlich so ist und alles ans Licht kommt. Außerdem über ein ausgegrabenes älteres Interview mit zwei Schwestern, die darüber berichten, dass ihr Vater ein Pastor mit eigenen Augen Aliens und ein UFO in den Kellern unter dem Kapitol gesehen hätte. Und das schon 1936. Das alles führt mich dann zu einer großen, vereinheitlichten Theorie über die Frage, ob und wie die USA tatsächlich solche Dinge geheim gehalten haben, warum, ob das noch lange gut gehen kann und ob uns irgendeine Form der Enthüllung unmittelbar bevorsteht. Meine große Verschleierungstheorie sozusagen. Wer sich dafür interessiert, Link zu all dem in der Beschreibung. Nun noch ein PS zu Elizondo. Kurz erwähnt habe ich in meinem Video nämlich noch ein weiteres Interview, zu dem ich hier noch kurz etwas ergänzen möchte. Elizondo machte ja seit einiger Zeit eine Tour durch Fernsehsender und Podcasts und landete so unter anderem auch im Breakdown-Podcast von Mayim Bialik. Wer sie nicht gleich erkennt, sie ist die Darstellerin der Amy aus The Big Bang Theory. Außerdem ist Frau Bialik Doktorin und Wissenschaftlerin und hat eben einen Podcast. Hauptsächlich zu allgemeinen gesellschaftlichen Themen. Für Elizondo und Imminent hat sie nun eine, naja, UFO-Ausnahme gemacht. Und obwohl sie in der Folge teilweise als skeptischer Newcomer rüberkommt, einige eher verwirrende Fragen stellt und offenbar auch nicht alles versteht, was Elizondo in seinem Buch geschrieben hat und auf ihre Fragen antwortet, halte ich dieses Gespräch doch für wichtig. Man, also wir, muss es sich nicht unbedingt ansehen, aber Hauptsache ihre Fans sehen es sich an. Sie hat 1,6 Millionen Abonnenten und innen. Und das Gespräch hatte in der ersten Woche bereits fast eine halbe Million Views. So wie Frau Doktor Bialik neu auf das Thema gestoßen ist, werden damit wohl auch viele ihrer Seherinnen und Seher darauf stoßen. Das ist die Öffentlichkeit, die Verbreitung des Themas und das Gewinnen von Verbündeten, die wir brauchen, um die Sache wirklich in den Mainstream zu bringen. Wobei ihr übrigens auch helfen könnt. Durch das bekannte Liken, Teilen, Kommentieren und Abonnieren dieses Kanals und meiner Videos. Noch weiter im Text. Gut zu meiner Schlussfolgerung von gerade eben passt, dass es vor kurzem auch auf RTL einen größeren Bericht über UFOs und die aktuelle Situation der Enthüllung gegeben hat. Unter dem etwas sperrigen Titel Alien Hype um Area 51, die geheime Militärbasis im Nirgendwo, geht RTL News auf YouTube auf mehrere Dinge rund um das Phänomen ein. Ob und wann die Sendung auch im Fernsehen gelaufen ist, weiß ich nicht. Aber egal, auch andere deutsche Sender haben zu dem Thema ja ihre Zehe zuerst vorsichtig über ihre Webpräsenz ins Wasser gesteckt. Dieser Kanal hat berichtet. Der Hauptteil des Beitrags zeigt jedenfalls einen deutsch-amerikanischen Privatforscher, der seit Jahren in der Nähe der Area 51 wohnt, und Militärfunk belauscht und Messungen vornimmt. Das Kamerateam begleitet ihn sogar bis an die Grenze der Basis. Im Interview bestätigt er zwar geheimnisvolle Vorgänge dort, vermutet aber selbst hinter allen UFO-Sichtungen neue Geheimprojekte der USA. Rund um diesen Bericht werden auch einige andere Aspekte erzählt und erwähnt, von David Grush bis zu den Hearings. Die immerhin 16 Minuten dauernde Sendung versucht dabei einigermaßen objektiv zu bleiben, rutscht aber immer wieder ein wenig ab. Ein wenig in Richtung lächerlich machen, ein wenig in Richtung all das ist erklärbar. Teilweise gerettet wird das Ganze durch Interviewteile mit Andreas Müller von Grenzwissenschaft Aktuell, der sich redlich bemüht, einige Informationen korrekt einzuordnen. Insgesamt vielleicht nicht der allergrößte journalistische Wurf von RTL, aber immerhin wieder ein neues Fenster in der Medienlandschaft, das sich dem Phänomen zumindest ein wenig geöffnet hat. Spill the beans, also wörtlich verstreut die Bohnen, ist eine englische Redewendung für Ausplaudern, etwas verraten und so weiter. Gerade im Zusammenhang mit Whistleblowern und anderen Informanten hört man diese Phrase in amerikanischen Podcasts relativ oft. Matt Gates, ein rechtsgerichteter und aus verschiedenen Gründen ziemlich umstrittener Abgeordneter aus Florida, hat sich in Sachen UFO-Enthüllung bereits einen ganz guten Namen gemacht. Durchaus auch in Zusammenarbeit mit demokratischen Kollegen und Kolleginnen. Wie schon oft erwähnt, sehr außergewöhnlich in den USA derzeit. Jedenfalls war er derjenige, der im Vorjahr einen geheimnisvollen Luft-Zwischenfall mit einem UFO nahe der Eglin Air Force Base an die Öffentlichkeit gebracht hat und auch in der David-Grush-Anhörung thematisierte. Seitdem hat man von ihm in diesen Angelegenheiten aber wenig gehört. Doch jetzt ist er zurück. In einem Podcast namens The Banny Show wurde Gates nämlich unter anderem nach UFOs gefragt und ließ mit folgender Antwort aufhorchen. Wir erfahren jeden Tag mehr. Man bekommt ständig tröpfchenweise Informationen über UFOs. Zum Beispiel ist es jetzt Allgemeinwissen, dass die CIA ein Programm zur Bergung von Raumfahrzeugen hat. Das steht nicht mehr in Frage. Und deshalb würde ich wahrscheinlich mit der Bergung der Raumfahrzeuge und den Lebewesen beginnen, die aus diesen Raumfahrzeugen geholt wurden. Und auf die Nachfrage, ob die Bevölkerung denn bereit sei, solche Informationen zu erhalten, meinte der Abgeordnete, ich denke, man muss es an die Öffentlichkeit bringen. Man darf es nicht zum Wohle der Bürger ignorieren, indem man diese Art von Geheimnissen vor ihnen verbirgt. Auch im Rest des Gesprächs wurde das Thema UFO noch ein paar Mal angesprochen, aber bedeutend sind vor allem die bereits zitierten Aussagen. Weniger aufgrund des Inhalts, den kennen wir auch schon von David Grasch und anderen, sondern weil ein führender amerikanischer Abgeordneter in einem Interview diese Dinge bis hin zu einem CIA-geführten Crash-Retrieval-Programm und Alien-Körper als Fakten präsentiert. Sind das nur seine Mutmaßungen? Vielleicht. Aber man kann durchaus davon ausgehen, dass der Kongress hinter den Kulissen inzwischen wesentlich mehr weiß, als er nach außen hin zugibt. Schließlich tauchen dort in der letzten Zeit ja offenbar reihenweise Whistleblower auf. Und Gates sitzt in einigen wichtigen Gremien. Aussagen wie diese zeigen jedenfalls, dass sich etwas bewegt. Nicht nur in der öffentlichen Wahrnehmung, sondern auch in der, zumindest amerikanischen, Politik. Zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung ist die neue Folge von Weaponized noch nicht draußen. Der Trailer zur Folge 60 allerdings schon. Und der ist ziemlich düster. Vor allem aber beinhaltet er trotz aller Kürze bereits einiges an gewichtigen Informationen. So erfährt man darin etwa, dass auch George Knapp den 25-seitigen Bericht des Whistleblowers an den Kongress über im Jacolette Constellation gelesen hat. Oder der Bericht, auf den Michael Schellenberger seinen Artikel aufgebaut hat. Und die beiden deuten an, dass sie darüber hinaus noch einiges mehr wissen und immer wieder bedroht werden. Und zwar sogar mit Leib und Leben. Wenn sie mehr davon verraten. Kobel und Knapp sprechen auch an, dass sie schon seit längerem eine Art Todmann-Schalter installiert haben. Also eine Automatik, die dafür sorgen würde, dass sollte ihnen etwas passieren und wir sprechen hier unverblümt von ihrem gewaltsamen Ableben automatisch große Mengen an extrem geheimen Informationen veröffentlicht würden. In Form einer katastrophalen Enthüllung. Also eine Art Lebensversicherung. Knapp betont sogar, dass er diese Folge von Weaponized selbst als Versicherungspolizei ansieht. Manche Leute sind ja, was Kobel und Knapp betrifft, etwas skeptisch. Ich nicht. Ich halte sie für durch und durch ernsthaft, ehrlich und grundsolide. Und zwar aufgrund von langjähriger Beobachtung. Wieso, habe ich ebenfalls kurz in Nachspiel Nummer 12 erklärt. Außerdem, mit solchen Aussagen spaßt man nicht. Über den Inhalt der kommenden Weaponized-Folge werde ich voraussichtlich in der nächsten UFO-TV-News berichten. Sollte es darin brandaktuelle, neue Informationen geben, Produziere ich eventuell in den nächsten Tagen dazu sogar Breaking News. Also Kanal abonnieren. Um in diesem Zusammenhang noch etwas Erfreulicheres zu berichten. Nach der bereits angekündigten Netflix-Doku über einen alten UFO-Fall in Manhattan, hat der Streaming-Dienst nun auch eine zweite Doku angekündigt. Von und mit George Knapp. Andeutungen darüber gab es in den letzten Monaten ja durchaus schon einige. Und man konnte ahnen, dass Knapp an etwas Größerem arbeitet. Aber jetzt weiß man endlich, was es war. Unter dem Titel Investigation Alien greift Knapp in einer insgesamt sechsstündigen Serie historische Fälle auf. Er bereist Originalschauplätze auch außerhalb der USA. Er spricht mit Zeugen und scheint auch neues Material zu präsentieren. Dazu eventuell auch neue Whistleblower. So ganz genau lässt sich das aus dem Trailer nicht ableiten. Wer ihn sich selbst anschauen möchte, Link in der Beschreibung. Wie natürlich auch zum Trailer von Weaponized. Damit haben wir jedenfalls, abgesehen von The Program von James Fox, auf den wir ja ebenfalls alle bereits gespannt warten, noch zwei weitere brisante Dokus unmittelbar vor uns. Die Manhattan-Entführung startet am 30. Oktober und die Serie von George Knapp am 8. November. Oder wie ich sagen würde, der Disclosure-Herbst ist in vollem Gange. Ebenfalls zum Disclosure-Herbst passt die ebenfalls schon lang erwartete zweite große Konferenz der Soul Foundation. Die erste im letzten November war meiner Meinung nach welterschütternd und hat besonders aufgrund der veröffentlichten Videos der Vorträge in der Wissenschafts-Community ungefähr dieselbe Wirkung gehabt wie der New York Times-Artikel von 2017 und der Auftritt von David Grush vor dem Kongress für die Allgemeinheit. Wer alle Geschehnisse rund um das Thema genau verfolgt, so wie ich es seit über einem Jahr tue, merkt nämlich, wie die schiere Existenz der Soul Foundation das Tabu in der Wissenschaft bereits verringert hat und die Forschung in diesem Bereich ankurbelt. Die Soul Foundation liefert dabei eine Art Erlaubnisstruktur, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und jetzt folgt Teil 2. Im Vorfeld hieß es immer wieder gerüchteweise, diese zweite Konferenz würde in Washington stattfinden und sich vor allem auf die Frage der Legislative und der Beeinflussung des amerikanischen Parlaments ausrichten. Nun, zumindest das mit dem Ort stimmt nicht. Die Konferenz ist jetzt für den 23. und 24. November angesetzt und zwar in San Francisco. Auf der Website der Soul Foundation kann man mehr dazu erfahren und sich auch für das Event registrieren. Link in der Beschreibung. Worum es inhaltlich insgesamt geht, wird dort nicht genau angesprochen, aber man kann sich anhand der Liste der Vortragenden schon ein gewisses Bild machen. Neben ein paar nennen wir sie üblichen Verdächtigen wie Jacques Vallée, Ex-Admiral Tim Gallaudet, Ryan Graves, Leslie Keane und Dr. Beatrice Villaroyel lassen auch einige neue Namen aufhochen. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Dr. Eric Davis, ja, der von ANSAP und dem Wilson-Davis-Dokument, vor allem deshalb, weil er nur sehr selten öffentlich auftritt. Yoshiharu Asakawa, japanischer Abgeordneter und Generalsekretär des dortigen UAP-Kaukas, deswegen, weil sich seit einem Jahr auch in Japan nach Jahrzehnten des Blockierens langsam etwas in der Sache bewegt. Kirk McConnell, ehemaliger Kongress-Mitarbeiter, weil er ein wichtiger Informant ist, von dem wir wissen, dass er auch in The Program eine Rolle spielen wird. Eric Schrock, von dem ich bisher noch nie gehört habe, weil er ein ehemaliger technischer Direktor bei Lockheed Martin ist. Es wird also spannend, dass diese Herren zu sagen haben. Dazu kommen noch der Afrikanist Dr. Stephen Finlay, der Unternehmer und Vertreter der Simulationshypothese Rizwan Wirk, sowie der Politikwissenschaftler Dr. Alexander Wendt. Die Vorträge sollen wieder gefilmt und später veröffentlicht werden. Mal sehen, was da so alles erzählt wird. Vor allem, da eine der Grundprämissen der Foundation ja darin besteht, zu sagen, wir diskutieren gar nicht mehr darüber, ob das Phänomen real ist, sondern nur, was wir nun damit anfangen, nachdem klar ist, dass es real ist. Ich werde die Sache jedenfalls genau verfolgen und natürlich darüber berichten. Wie auch über alle anderen hier bereits angesprochenen oder angedeuteten Themen. Damit sind wir heute beim Ende angekommen, wie angekündigt kürzer als sonst, aber ich verweise noch einmal auf die letzte Nachspielfolge. Da gibt es wirklich noch sehr viel mehr an aktuellen Informationen. Ansonsten freue ich mich über Weiterleitungen, Kommentare und Likes. Wer kann und will, kann mich auch durch eine Kanalmitgliedschaft oder durch einen Einkauf in meinem Merchandise-Shop unterstützen. Oder durch Superthanks oder eine Spende in die Kaffeekasse in der Beschreibung. Was ich übrigens schon vorsichtig andeuten kann, unter den Vorträgen, die ich gerade plane, wird es im Dezember auch einen im Bereich Frankfurt geben. Der wird öffentlich sein. Mehr Details dazu ein andermal. Wer mich auch sonst, auch privat, für einen Vortrag oder eine Diskussion buchen möchte, jederzeit gerne. Mir liegt sehr an der Verbreitung des Themas. Und durch die Unterstützung von meinen Aktivitäten werdet auch ihr Teil von Team Disclosure. Offiziell endet der Herbst ja erst kurz vor Weihnachten. Also noch genug Zeit für die eine oder andere Enthüllung. In diesem Sinne immer schön nach oben schauen und bis zum nächsten Mal. Das war die Frage. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017